Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation, einer neuen Körperreise und heute arbeiten wir wirklich an deinem Verspannungskopfweh. Also wenn du jemand bist, der daran leidet, also an so Verspannungen, Kopfweh, wenn sich das so nach hinten staut, dann werden wir heute energetisch gemeinsam arbeiten und ich werde dich anleiten, wie du dich da selbst auch rausholen kannst und selber auch energetisch behandeln kannst. Das ist jetzt eine energetische Behandlung, auch wenn wir jetzt von Kopfverspannungen und so reden, das hat jetzt nichts mit Massage zu tun, das hat jetzt reine Energiearbeit und eben kommt aus der Energetik und das ist auch so, wie ich eigentlich arbeite. Ich arbeite zwar berührungslos, wir werden heute etwas mit Berührungen machen, nur dass du dich besser mit einfühlen kannst, aber grundsätzlich kannst du so eine energetische Sitzung bei dir selber mal wahrnehmen. Und als Grundidee lade ich dich jetzt mal ein, bei dieser Reise mal einfach tief einzuatmen und wieder auszuatmen und einatmen und wieder ausatmen. Und du atmest jetzt noch ein drittes Mal tief ein und wieder aus und erlaubst dir, dass dich dein Atem ins Hier und Jetzt bringt. Dein Atem bringt dich ins Hier und Jetzt. Und um diesen Eindruck des Hier und Jetzt noch zu verstärken, stell dir einfach mal vor, das Hier und Jetzt ist da, wo dein Hintern ist. Da, wo jetzt dein Hintern sitzt, also auf der Unterlage, spür mal deinen Hintern und spürst du das Hier und Jetzt. Also ganz bewusst mal den Hintern, den Popo spürst du ihn mal anspannen und auslassen und anspannen und auslassen und so ganz bewusst mal so den Hintern spürst du das Hier und Jetzt spürst du das Hier und Jetzt. Und jetzt atmest du noch mal tief ein und wieder aus und jetzt stell dir einfach mal vor, du bist ja auf einer Heilreise, dass du darum bittest, dass deine Hände mit Heilenergie aufgeladen werden. Und das machen wir jetzt so, dass du eine Schale formst, so einfach eine Schale formen, die Hände ausstrecken, eine Schale formen und darum bittest, dass da wie heilendes Wasser einfließt. Also du musst sie jetzt nicht immer so zusammenhalten, ich gebe sie ein bisschen auseinander, aber dreh mal die Handflächen auf jeden Fall nach oben, also das wäre wichtig, so nach oben die Handflächen richten. Und darum bitten, dass da Heilungsenergie hinfließt quasi. Und wofür brauchen wir Heilung? Energie, die deine Verspannungen löst. Und du kannst dir das so vorstellen, dass da jetzt wie färbige Handschuhe über deine Hände gezogen werden. In unterschiedlichen Farben. Das kann golden sein, das kann orange sein, das kann gelb sein, das kann grün sein, ganz egal. Das sind so verschiedene Handschuhe. Und diese Handschuhe sind Heilungsfrequenzen, die dich dabei unterstützen, einfach dann wirklich diese Heilenergie, diese Heilsitzung auch durchzuführen. Und bitte einfach mal um diese heilende Energie. Und vielleicht spürst du, dass sich deine Hände aufladen, dass da ein bisschen so ein Kribbeln, so eine Energie schon stattfindet. Und das ist dann gut, wenn du das schon wahrnehmen kannst. Wenn du nichts spürst, ist jetzt kein so ein Thema. Und um was geht es? Es geht ums Lösen von Verspannungen. Und vielleicht auch von Kopfschmerzen. Und das Erste, was wir jetzt machen, jetzt sind die Hände mal aufgeladen. Jetzt atmest du mal tief ein. Und wieder aus. Und legst dir deine Hände einfach mal so an deine Hüften, Oberschenkeln, so an die Seite. Seite vom Oberschenkel, von den Hüften. Also so, als würdest du fast die Hände so machen, nur halt so an die Hüfte legen. Nur legst du sie halt flach mit den Handflächen an deine Hüfte. Und du denkst dir jetzt dabei mal Ausrichtung, Heilung, Korrektur. Dass zwischen deinen Händen, auf der Ebene deiner Hüfte, jetzt Heilenergie fließt. Ausrichtung, Heilung, Korrektur, auf der Ebene deiner Hüfte. Und vielleicht spürst du so eine leicht schwankende Bewegung oder so ein Pulsieren. Aber deine Hüfte bringt sich jetzt mal in die optimale Position, wie sie wirklich in einer heilen Form ist. Auch deine Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußgelenke und Zehen bringen sich in diese optimale Form. Und lass noch diese Heilungsenergie etwas fließen. Und jetzt öffnet sich bei deiner Hüfte, eigentlich wie beim Steißbein, ein Kanal, so am Ende der Wirbelsäule. Und da fließt jetzt schon mal Druck raus. Und du legst jetzt deine Hände, so über Kreuz, einfach mal so auf deine Schultern. Und du sagst jetzt noch einmal Heilung, Ausrichtung, Korrektur. Und genauso, wie sich deine Hüfte da jetzt harmonisiert hat, beginnt sich jetzt auch dein Schultergürtel zu harmonisieren und zu entspannen. Und du spürst eben die Heilungsenergie, die in deine Schultern einfließt. Und lass das einfach mal zu. Vielleicht merkst du auch, wie sich dein Herz-Brust-Raum entspannt und der Bauchraum auch. Denn jetzt wird eine Verbindung hergestellt zwischen den Hüften und den Schultern. Und alles wird in absolute Harmonie gebracht. Und du atmest tief ein und wieder aus und löst diese Position. Schüttelst mal deine Hände aus und lädst dir deine Hände noch einmal auf mit Heilungsenergie. Oder du hältst sie noch einmal so nach oben und stellst dir noch einmal vor, dass da wirklich Heilfrequenzen auf deine Hände raufgestülpt werden, reinfließen. Dann bedankst du dich und du legst jetzt deine rechte Hand an deine rechte Hüfte und deine linke Hand auf deine linke Schulter. Also rechte Hand runter an deine Hüfte und linke Hand auf die Schulter. Und du stellst jetzt noch einmal Heilung, Ausrichtung, Korrektur vor. Und das soll jetzt zwischen diesen beiden Händen fließen. Also so schräg durch deinen Körper. Und vielleicht spürst du eine Bewegung. Dann gib dieser Bewegung einfach nach. Geh einfach mal mit mit dieser Bewegung. Vielleicht bleibst du auch irgendwo stehen in dieser Bewegung. Und du wirst dann merken, es pendelt sich dein System ein. Und wenn du das Gefühl hast, dass so diese Linie frei ist zwischen rechter Hüfte und linker Schulter, dann atmest du mal tief ein. Und wieder aus und wechselst deine Hände. Das heißt, die rechte Hand auf die rechte Schulter, linke Hand an die linke Hüfte. Und noch einmal Heilung, Ausrichtung, Korrektur. Und du spürst jetzt wieder eine leichte Bewegung. Wo sich vielleicht dein Körper so in diese Form bringt. Und wo sämtliche Verspannungen sich lösen können. Und da wird ganz viel Stress auch abgesaugt. Und dein Körper harmonisiert sich. Und wenn du das Gefühl hast, dass dein Körper in die Mitte gekommen ist, dann löst du deine Hände, schüttelst sie mal aus, lässt sie mal ganz entspannt liegen. Atmest ein und aus. Und nun lässt du deine Hände noch einmal gemeinsam so ganz sanft so an deinen Hals, an deinen Nacken. Also ganz wirklich so, ich lege da immer so drei Finger an einen Hals. Schauen wir mal. Also so drei Finger. Und dann den kleinen Finger so ein bisschen bei den Ohren. Im Daumenruder eigentlich so ein bisschen so im Halsansatz. Und da stelle ich mir wieder vor Heilung, Ausrichtung und Korrektur. Heilung, Ausrichtung und Korrektur. Und wieder wirst du merken, dass du da ganz sanfte Bewegungen mit deinem Kopf machst. Und wenn der Kopf einmal steht, eine Weile, dann lass ihn stehen. Er wird sich dann wieder zurückbewegen. So lange, bis der Kopf dann in der Mitte ist. Heilung, Ausrichtung, Korrektur. Und nun erlaubst du dir eine Hand. Die rechte Hand lege ich so an meinen Hinterkopf. Höhe Atlas. Also dort, wo der Hals in den Schädel geht. Und eine Hand lege ich jetzt nach vorne, so auf die Stirn. Und lasse jetzt noch einmal Heilung, Ausrichtung, Korrektur durch diese Hände fließen. Und erlaube mir jetzt mal, so mit meinem Kopf, vielleicht auch mit dem Körper, diese Bewegungen mitzumachen. Also Heilung, Ausrichtung, Korrektur. So lange, bis ich wieder das Gefühl habe, da ganz in der Mitte zu sein. Und es pendelt sich dein System in die höchste göttliche Ordnung ein. Es pendelt sich dein System in die höchste göttliche Ordnung ein. Und wenn du das Gefühl hast, dass du in der Mitte bist, dann löst du deine Hände. Atmest mal tief ein. Und wieder aus. Und nun erlaube dir, nochmal deine Hände aufzulegen. Und zwar, je nachdem wie du möchtest, die rechte Hand zum Steißbein. Und die linke Hand da zum Atlas. Also Anfang und Ende der Wirbelsäule. Und du sagst jetzt nochmal Heilung, Ausrichtung, Korrektur. Und beobachtest, wie diese Energie dein System in die höchste Ordnung bringt. Wirbel für Wirbel. Und auch deine Muskulatur löst sich. Und wird immer freier und freier. Und wenn du das Gefühl hast, dass dein Körper wieder in der Mitte ist, dann schüttel mal deine Hände aus. Streck dich mal durch. Atme tief ein. Und wieder aus. Und lade deine Hände nochmal mit Heilungsenergie auf. Die streckst du wirklich nach oben. Dann kannst du dir vorstellen. Ehe so ähnlich wie bei mir, wo quasi dieses Licht darauf fällt. Also so kann man sich das ganz gut vorstellen. Die Hände werden in Licht gebadet. Und dann nimmst du dir jetzt nochmal Heilungsenergie. Und jetzt legst du beide Hände auf deinen Solarplexus. Also auf die Höhe des Magens. Und lässt nochmal diese Heilungsenergie einfließen. Heilung, Ausrichtung und Korrektur. Heilung, Ausrichtung und Korrektur. Und du erlaubst dir jetzt auch noch einmal so mitzuschwingen. So dass sich wirklich sämtliche Anspannungen in deinem System lösen. Und du atmest jetzt nochmal tief ein. Und wieder aus. Und löst mal deine Hände. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Körper in der Mitte ist. Und jetzt schließt du mal kurz deine Augen. Und bedankst dich bei der geistigen Welt für diese Unterstützung, für diese Hilfe. Und du spürst jetzt, dass dein Körper sich entspannt. Dass sämtliche Anspannungen, sämtlicher Druck aus ihm abfließt. Also wirklich von oben nach unten. Und du spürst, wie du diese göttliche Heilung annimmst. Atme jetzt mal ein. Und wieder aus. Und spüre, wie du ruhiger und in deiner Mitte bist. Bedanke dich nochmal bei der geistigen Welt für die Unterstützung, für die Hilfe. Bedanke dich auch bei dir, dass du für dich da gewesen bist. Und wenn du dich gut fühlen kannst, dann streck dich mal durch. Bewege deine Arme und Beine. Und komm in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in dieser Zeit, in diesen Raum zurück. Ja, wie ist es dir gegangen? Du kannst natürlich diese Meditation immer wiederholen oder diese Heilungsübung. Es geht dann natürlich um energetische Heilung, nicht medizinische Heilung. Also wenn da was chronisch ist, bitte such einen Arzt auf oder einen Therapeuten oder einen Masseur. Da geht es rein um die Selbstheilungskräfte und ums Energiefeld. Und ja, ich bin gespannt auf deine Erfahrungen. Wie ist es dir mit dieser Übung gegangen? Wie ist es dir mit dieser Meditation gegangen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und besonders auf ein Like, Daumen hoch oder abonniere den Kanal. Tschüss, bis nächstes Mal aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Ereni. Dein Oliver Ereni. Butina